Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin bei 63.600 US-Dollar. Wir haben endlich unseren größeren, in Anführungszeichen, Abverkauf bekommen. Die Fed hat keine wirklichen Überraschungen gemacht. Wir sind weiterhin bei 5,5% Zinsen in den USA. Aber es könnte möglicherweise sein, dass die Zinsen das erste Mal im September gesenkt werden. Ob das wirklich sinnvoll ist, das klären wir auf jeden Fall im heutigen Update-Video. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Wir werden uns Ethereum, Gold etc. alles wie immer anschauen. Bevor wir hier durchstarten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinjoinen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr kostenlos, wie immer unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr noch eine Börse zum Traden sucht, wo ihr das alles, was wir hier besprechen, auch nachtraden könnt und natürlich auch Bonus-Trades haben möchtet, meldet euch unten in den Link an. Dann auch alles kostenlos, das könnt ihr auch testen und es gibt kein KYC. So, jetzt aber rein in die Chart-Analyse. 63.600 US-Dollar bei Bitcoin. Schade, dass wir gestern unseren Short nicht mehr bekommen haben. Wir haben gestern nur nochmal einen Anlauf in Richtung 66.800 US-Dollar gestartet. Da sind wir leider nicht mit rübergekommen über diese, ja man kann schon sagen Supply-Zone. Ist eine ziemlich kleine Supply-Zone, aber ist eine Supply-Zone. Und seitdem ging es da nach unten. Ziel war ja hier unsere Zone bei 63.500 bis 63.000 US-Dollar. Da sind wir jetzt im Endeffekt auch gleich wieder angekommen, nachdem sich dann diese Divergenz auf dem 4-Stunden-Chart jetzt das erste Mal dann ausgespielt hat. Auch der RSI deutlich, deutlich abgekühlt. Was ist so passiert? Ölpreise gestiegen. Wir haben wieder neue News zwischen Israel, Libanon und sowas. Was alles dazu natürlich auch noch ein bisschen Druck aufbaut. Plus die gesamtmarktliche Situation ist jetzt auch gerade nicht wirklich, ja so ein bisschen die Bullischste, muss man ehrlicherweise sagen. Der ganze Markt korrigiert gerade ein bisschen mehr. Wir können auch mal ganz kurz auf die Bitcoin-Dominance schauen. Die steigt wieder, nachdem wir hier bei 57% waren. Also auch hier noch nichts von der Altcoin-Season. Aber ich sag mal so, so langsam könnte es sich wirklich lohnen, ein bisschen Altcoins einfach Step-by-Step einzukaufen. Wir nähern uns vielen, vielen Kaufzonen. Haltet das bitte im Blick. Schaut euch die ganzen Altcoin-Update-Videos an. Dann könnten sich hier langsam aber sicher gute Zonen ergeben. Bei Bitcoin, wie gesagt, wäre jetzt unser Long-Szenario jetzt erstmal hier in dieser Zone bei 63.500 bis 63.000 US-Dollar. Erst einmal, aber der größere Batzen, wo ich ja immer noch ein bisschen mehr drauf spekuliere, liegt hier unten bei 60.000 bis 59.000. Dort unten liegt das Golden Pocket. Wir haben hier das letzte Mal eine ordentliche Volumen-Candle bekommen, plus wir haben auch hier eine schöne Demand-Zone in diesem Preisbereich. Die Zone mache ich mal ganz kurz weg. So, diesen Preisbereich hier unten meine ich. Das heißt, wir könnten im Laufe des Tages eine erste kleinere Erholung sehen, wenn wir hier unten reinkommen. Nochmal hoch und dann der dritte und letzte Abverkauf. Vorläufiger Abverkauf erst einmal. Das würde nämlich sehr, sehr gut passen, weil wir dann zumindest mal hier die erste Abverkaufswelle hätten. Zweite wäre dann hier diese gewesen. Dann Erholung wieder und dann die dritte hier runter in den Bereich der 59k. Das ist momentan so ein bisschen das Wunsch-Szenario, was ich mir vorstellen könnte. Gehe ich hier long, das werde ich erstmal ganz genau beobachten, wie wir uns dann in dieser Zone hier verhalten. Wenn, dann müsste der Stop-Loss auf jeden Fall hier unter diesen Tief sein. Das heißt, bei 62.300 US-Dollar, weil hier auch noch etwas am Volumen liegt. Das heißt, die Stop-Loss könnten hier ordentlich gefischt werden. Und wenn wir hier einen Long reingehen, wäre das Risk bei ungefähr 2,14%. Ich spekuliere immer noch mehr auf eben das Golden Pocket hier unten, aber die Erholung im Laufe des Tages ist auf jeden Fall drin, weil der RSI im 4-Stunden-Timeframe und auch im 1-Stunden-Timeframe deutlich, deutlich überverkauft ist. Für kleine DCA-Spot-Nachkäufe wird es sich hier wahrscheinlich auch etwas lohnen. Und für alle, die Bitcoin ein bisschen nachkaufen wollen, wäre Zone Nummer 1 hier, Zone Nummer 2 da. Zone groß hier unten bei 51 bzw. 52 bis 48k. Was immer noch mein Primärziel auf längere Sicht auf jeden Fall bleibt. Bullish für mich sowieso momentan. Ehrlich gesagt, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir Richtung 70, 80k oder sowas hochgehen. Aber das sage ich ja schon seit Wochen und Monaten, dass diese Range einfach momentan weiterhin noch gilt. Das ist momentan unser ein und alles irgendwas. Entweder brechen wir nach oben oder nach unten aus. Momentan, ganz ehrlich, gehe ich immer noch weiterhin davon aus, dass wir weiter nach unten hingehen. Aber gut, ich lasse mich eines Besseres belehren vom Chart bzw. von irgendwelchen News da draußen. So, das erstmal zu Bitcoin. Also, wenn ein Long ist, werde ich euch Bescheid geben. Ansonsten für mich, Primärszenario liegt dann hier unten bzw. da ganz unten. Ethereum, wie gesagt, wurde unsere Short-Position nicht abgeholt. Hat mich ein bisschen angekotzt hier, dass wir hier nicht mehr nochmal hochgekommen sind. Wäre auch eigentlich perfekt gelaufen. Also, die Position traue ich, muss ich ehrlicherweise sagen, schon etwas mehr hinterher, weil die echt, echt gut gewesen wären. Aber gut, wenn der Markt nicht mehr nach oben wollte, dann ist es so. Also, Ethereum muss ich sagen, aber halte ich mich von Long-Positionen jetzt hier erstmal ferngefällt mir gar nicht. Und wenn, dann würde ich erst hier unten in diesen Preisbereich bei ungefähr 3044 US-Dollar reingehen. In der Hoffnung, dass wir diese Wigs hier nochmal holen, die sich hier dreifach angestaut haben. Plus, dass wir hier noch irgendwie eine Divergenz dann zusammenkriegen. Momentan glaube ich da aber ehrlich gesagt nicht, weil wir mit den Aeros-Eisern so niedrig sind. Da müsste eigentlich jetzt so eine Instant-Candle nach unten hingehen, damit wir hier noch die Divergenz irgendwie reinkriegen, damit sich das hier unten ausspielt. Das wäre so das einzige Szenario, wo ich sagen würde, okay, dort würde ich Long einsteigen. Ansonsten lasse ich die Finger von Ethereum bzw. vom Altcoin-Markt generell zu traden. Ja, ansonsten tut sich hier reichlich wenig und brauchen wir jetzt ehrlich gesagt auch nicht näher drauf eingehen. Bitcoin-Dominence habe ich angesprochen, weiterhin am steigen, deswegen keine Altcoin-Season. Gold war der Plan gestern Short zu gehen, dann kam aber Poles Rede mit Zinssenkungen. Gold hat dann mal kurz Tutumun gemacht und hat komplett das Golden Pocket durchschossen, Ineffizienz geschlossen. Wäre die einzige Möglichkeit jetzt noch heute im Laufe des Tages für einen Short. Dafür gehen wir mal ganz kurz in den 1-Stunden-Time-Frame. Wenn wir hier noch einmal ganz kurz dieses Top hier holen, also diesen Wig hier oben oder vielleicht sogar hier in Richtung 2460, 2470 US-Dollar gehen und dann Doppeltop reinmachen mit Bearish Divergence Volumen sinkt, würde sogar ganz gut passen. Also das vielleicht heute nochmal im Blick behalten. Ansonsten glaube ich nicht so wirklich mehr an diesen Short. Aber gut, das wäre die einzige Variante. Golden Pocket können wir wegmachen, das heute mal im Blick behalten. Entry 2456, Stop-Loss über dem Top 2480. Das wäre so momentan das Trade-Setup. DAX, brauchen wir nichts eingehen, hat sich nichts geändert seit gestern, wundert mich auch. Könnte aber heute vielleicht noch ein bisschen runtergehen aufgrund der vorläufigen Marktlage und Euro gegenüber US-Dollar auch weiterhin absolute Seitwärtsphase. Es tut sich einfach doch ein bisschen zu wenig, außer im Kryptomarkt. S&P 500 hat sein Ziel, beziehungsweise die Lücke hier zu schließen, auch erst einmal erreicht. Das ist schon mal relativ gut, aber Volatilitätsindex ist runtergegangen. Gefällt mir auch nicht wirklich gut. Also für mich, ich weiß nicht, ob die Woche trade-technisch hier noch irgendwas kommt. Ich bezweifle es eher. Aber gut, lassen wir uns überraschen, was heute hier noch passiert. Ansonsten war es das von meiner Seite. Ich würde sagen, wir hören uns auf jeden Fall morgen wieder. Anderes Video brauchen wir nicht machen. Alt-Coins, sollten wir die 63-Kids durchbrechen, beziehungsweise einen Daily Close vielleicht drunter schaffen, dann würde ich mir nochmal überlegen, ob ich nochmal neue Alt-Coin-Videos mache, weil dann könnten echt gute Einstiege kommen. Aber gut, warten wir mal ab, was da noch so passiert. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen, erfolgreichen Tag. Lasst es euch gut gehen, liked da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen, Kanal abonnieren und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, ciao und wie immer, stay quick.